Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hatte sich am Sonntag die Gummistiefel angezogen, um sich persönlich ein Bild von der Lage in den von den Überschwemmungen betroffenen Gebieten im Norden des Landes zu machen. Zuvor hatte sie den G7-Gipfel in Japan vorzeitig verlassen. Der Regen in der Region hatte am Sonntag aufgehört. Rettungskräfte und Bewohner hatten mit den Aufräumarbeiten begonnen. In Ravenna lobte Meloni die Widerstandsfähigkeit und den Mut der Menschen in den betroffenen Gebieten. Es zeichnete die Italiener aus, dass sie angesichts der Katastrophe zusammenstehen und nie aufgeben würden. Die italienischen Behörden waren auch am Sonntag noch dabei, eingeschlossene Bewohner aus ihren überfluteten Häusern zu retten. Das ganze Ausmaß der Schäden ist noch gar nicht absehbar. Mindestens 14 Menschen kamen in den vergangenen Tagen ums Leben. Etliche wurden verletzt oder werden noch vermisst. Tausende Gebäude wurden zerstört oder sind derzeit unbewohnbar. Die Behörden warnen vor möglichen Erdrutschen. Die italienische Regierung will am Dienstag in einer Kabinettssitzung über Maßnahmen zur Bewältigung der Katastrophe entscheiden. Die Ausmaß der Schäden